Ich habe mal eine Woche Urlaub und habe dann irgendwie in dieser Woche 700 Frauen angequatscht, wie ein Bekloppter, um einfach zu testen, wie kriege ich das besser hin. Ich will das jetzt können. Dömmere und Hässlichere, die kriegen das auch hin. Du kannst ja auch beim Sport besser werden, warum nicht beim Anlabern? Ich habe dann wie ein Bekloppter angesprochen und ja, macht schon Spaß, wie Kollege Stromberg so schön sagt. Macht schon Spaß.